Musik auf der Linie M2 zu rechnen ist. Arolio Station wurde vollständig evakuiert, nachdem ein Frühwarnsystem einen gewaltigen Rattenbestand in einem der Tunnel entdeckt hatte. Umgehend wurden Schädlingsbekämpfer anzugerufen, um die Plage auszurotten. Aber die MC Transportbehörde gab bekannt, dass die Haltestelle bis auf Weiteres geschlossen bleiben wird. Und das war's für heute mit den lokalen Nachrichten. Schönen Tag noch, Night City. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eres un pinche aspirante del montón. Pura mierda. Ahora sí ya te metiste en un pinche pedote. ¿Llegaste hace poco? ¿Kennen wir uns? Me cae que voy a rezar por ti, muñeco. Ohne deine hermanos bist du nix. Ich hab mein eigen im Himmel hier, lindo. Hier bin ich. Hayward ist ne ungemütliche Ecke. Muss schwer sein, hier die Kontrolle zu behalten. Nicht wirklich. Im besten Fall kriegt man genug Respekt, um nicht von den Wölfen zerfleischt zu werden. Es ist dein Revier. Bisschen Kontrolle musst du doch haben. Die Wölfe haben halt alle Angst vor mir. Kann ich dich was Persönliches fragen? Klar. Ich muss ja nicht antworten. Warum bist du Priester geworden? Glaube kommt von Gottes Gnade. Jahrelang hab ich sie nicht gespürt. Jetzt schon. Ich glaube an Gott, wie? Wenn ich sterbe, kann ich nur hoffen, dass er an mich glaubt. Hör mal, besuchst du manchmal noch Mama Wells? Ohne Jackie braucht sie vielleicht Hilfe. Sie ist eine starke Frau. Sie kommt ohne mich zurecht. Du weißt, was ich meine. Jackie hatte seine Geheimnisse. Und Feinde. Niemand wird hier etwas tun. Du solltest sie übrigens auch mal besuchen. Das gehört sich so. Ich warte auf einen Freund. Hier bitte. Hier bist du in der Mera Masacuata. Wie sieht das? Das ist, Alter. Gut, ich setz den Wert ein. Deal? Deal. Auf geht's. Nur bloße Ende, klar? Zieh dir keine Monodrähte oder Mantis klingen aus dem Arsch. Hörst du? Klar. Ich sag's ja nur, weil der letzte Typ mich mit Longspurs überraschen wollte. Egal. Bist du bereit? Jep. Bereit für den Kampf. Sei vorsichtig. Ich mach ernst. Ätter und Das war's für heute. 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 Das war's für heute.